Eine Überraschung. Natürlich gibt es drei Viertel, ja natürlich, gibt es zwei Viertel, ja, gibt es vier Viertel, aber gibt es sieben Achtel, elf sechzig, sechzehn. Und so gibt es auch, gibt es ein Land, wo natürlich singen, spielen und tanzen noch dazu mit diesen Ritmen, das ist sehr, sehr kompliziert. Ich muss sagen, ich habe drei, vier Stück in Moskau gespielt, ja, sie ist Profimusiker, aber trotzdem sehr schwer, sehr schwer diese Ritmen. Zum Beispiel. Oder. Wie kann man spielen? Sehr schwer. Und noch dazu, sie tanzt. Ja, dann spiele ich ein Stück aus diesem Land. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank, das war Bulgarien.